Der FC Liverpool bereitet wahrscheinlich ein Angebot für das Juwel von Gladbach vor. Hallo Petros, herzlich willkommen! Möchten Sie täglich über dieses Angebot und andere Neuigkeiten auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Benachrichtigungsfunktion und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand über Borussia. Tägliche Nachrichten. Jederzeit könnte Borussia ein Angebot von Liverpool erhalten, das auf verschiedene Weise verschiedene Probleme des Vereins lösen und die Pläne des Vereins stark verändern könnte. Manu Coné bleibt der festgelegte Domino, um die Transferaktivitäten von Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer zu starten. Aber letzte Woche gab es einen großen Schrecken, als sich Manu Coné Bay einem Einsatz für die französische Nationalmannschaft verletzte und eine Verstauchung am rechten Knie sowie eine Patella-Trauma erlitt. Glücklicherweise scheint die Verletzung nicht allzu schwerwiegend zu sein und er wird sehr bald wieder spielen können, daher bleibt das Interesse der Vereine am Kauf bestehen. Laut Informationen der französischen Zeitung West France plant Liverpool in der nächsten Woche ein Angebot für den Franzosen. Berichten zufolge könnte der Wert über 30 Millionen Euro liegen. Meiner Meinung nach wird dieser Verkauf definitiv eine positive Wende in Gladbach bewirken. Dann können wir über neue Verpflichtungen nachdenken, mit qualitativ hochwertigeren Spielern und größeren Zielen für diese neue Saison. Petrus, wir hoffen, dass dies geschieht. Bist du zuversichtlich? Teilen Sie uns in den Kommentaren Ihre Unterstützung mit. Eine Umarmung und bis zur nächsten Nachricht.